So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine neue Folge Max Out Monday. Jetzt mal die Gedanken zusammenbringen, was ich überhaupt sagen will. Das ist der Hannes, den zeige ich euch mal kurz. Guckt mal, wie der Hannes hier rumwühlt. Moin. Moin, ich bin der Hannes. Jo. Was tust du denn da? Das sieht ja richtig gut aus, Hannes, wieder mal. So, ich habe für 11 Uhr jetzt einen Fünfer-Raid gepostet. Ihr seht nämlich, 10.42 Uhr geht am Dino einer auf, 11.30 Uhr an den Löwen. Wir haben nur Tiere als Arenen. Die wollen wir noch machen, heute, für unsere zwei Raid-Pässe. Aber darum geht es nicht. Das habe ich in die Raid-Gruppe gepostet. Dann können wir wieder 10 Leute mitnehmen. Wir werden nämlich vor Ort stehen. Wir wollen heute wieder eine Folge Max Out Monday machen. Und wie immer die Regeln natürlich, wenn ich ein, ähm, ich maxe einen Titel-Pokémon, was ich selber aussuche. Meistens ein aktuelles aus einem Event oder aus einem Raid. Und dann 5 Vorschläge aus der Community. Voraussetzung, ich habe ein 100% Pokémon davon und genügend XL-Bomb-Boms. Ja. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir in die Community reingucken. Erstmal gebe ich jetzt hier 4 Sternchen und, wo ist denn jetzt wieder das Und-Zeichen hier drüben? Und Bub-Ein. Wenn ich 4 Sternchen und Bub-Ein gebe, finde ich einen 100% Bubungus. Ist das nicht toll? Weil das ist was Aktuelles. Ich habe es noch nicht mal entwickelt. Werde es aber jetzt direkt hochziehen. Ähm, ja wir ziehen es erst hoch. Wir ziehen es hoch auf 11.068. Das ist mein Titel-Pokémon. Aber noch entwickeln und ihr seht, es ist ein männliches. Äh, ich brauche noch das Lucky. Und ich muss noch ein weibliches dann entwickeln. Also, wer ein paar Bubungus hat, der kann die nächsten Tage vielleicht öfters mal mit mir tauschen. Jetzt entwickeln wir es auch noch, damit wir sehen, auf was das überhaupt kommt und wie das aussieht, wenn es entwickelt wird. Und wie es überhaupt nochmal heißt, weil den Namen habe ich auch wieder nicht auf dem Schirm. Das Licht-Festival-Event, was zu Bubungus gehört, oder worin Bubungus kam, müsste noch bis heute Abend, 20 Uhr glaube ich, gehen. Dienstag dürfte das nicht mehr auftauchen. Und am Donnerstag gibt es ja schon wieder das nächste Event. Am Donnerstag müsste das Halloween-Event starten. Jetzt haben wir einen Bubungus zu Lame Lux entwickelt. 2.104, 100% und Level 50 müssen wir auch noch dran taggen, einmal so. So, ist natürlich jetzt aus diesem Event, ist ganz frisch. Seht ihr hier, 14.10. Was ist heute? 17.10. 21.04. Das ist das Titel Pokémon. Und jetzt gucken wir natürlich in eure Vorschläge rein, was ihr so gesagt habt, was ich noch maxen soll. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Wir gehen wieder auf die Kommentare vom letzten Max Out Monday Video. Gehen nach neueste zuerst, damit der erste Kommentar genommen wird. Und bis jetzt sind immer Doppelte und Dreifache dabei gewesen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier Nickel. Nickel sagt Stamir. So, Stamir ist noch nicht gemaxed. Oha, was wird da denn los? Und ich sehe, wird auch nix. Ich habe nämlich nur 181 Bonbons. Und könnte noch 32 umwandeln, reicht aber nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Generation 1 ist so gut wie alles durch. Aber wir sehen, Stami ist noch ein Kandidat. Den müssen wir unbedingt irgendwann noch machen. Weltenbummler sagt Hornweisel. Gehen wir auch mal rein. Gucken wir mal nach Hornweisel. So, haben hier ein weibliches. Muss ja. Männliche Hornweisel gibt es nicht. Weil ihr könnt nur weibliche Vadribie zu Hornweisel entwickeln. Ist ein 100%. Wir haben genügend Bonbons. Das können wir also auch hochpushen auf 2267. Machen wir hier jetzt auch den Tag dran. Dann, bitteschön, einmal zurück. Nächste. Es war ein Vorschlag von der Community. Vier Vorschläge sind noch offen. Nick. Danke für den etwas komplizierten Branawatz Maxout. Vorschläge heute sind. Akwo, Qualyb, Willi oder Toheido. Jetzt Apo gesagt. Apo, Qualyb. Apo. Apo passt nicht. Ist keine XL am Start. Willi. Willi hat XL am Start. Willi können wir also Maxen auf genau 2499. Das sieht gut aus. Da machen wir auch direkt den Level 50 Tag dran. 2499. Das machen wir mal weg, dass der Name dasteht. Das ist wichtig. Weiter geht's. Nick. Dein Toheido kannst du ja vielleicht fürs nächste Mal nochmal vorschlagen. Drei Vorschläge sind noch offen. Plankton sagt, meine Vorschläge sind Relaxo und Choreoge. Joa. Relaxo. Haben wir ja hier schon gemaxed. Sogar mit Hut in 100%. Habe ich aber den Level 50 Tag vergessen, sehe ich gerade. Haben noch ein zweites hier drüben. Was auch gemaxed ist. Da passt das. Der Berliner Bär live im Vlog gefangen. Beim Pokémon Go Fest in Berlin. Wo alle ausgerastet sind. Und Choreoge haben wir, glaube ich, letztens ja auch erst gemaxed. Choreoge ist auch gemaxed. Bitteschön. Wenn nicht genügend Vorschläge sind, kann ich ja mit einem zweiten Choreoge weitermachen. Aber momentan ist Choreoge schon gemaxed. Ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir das in den Vorschlägen hatten und gemacht haben. Also wenn der Plankton da aufmerksam die Videos, ne, dann... Aber ja, das kann nicht jeder immer alles gucken. Ich bin schon ruhig. Ich sag nichts mehr. Timo, Rüger, Moin ihr drei, Bitur. Ja, das ist kein Pokémon. Grüße an Timo, Balou, Diktri und Cedra King. Diktri. Diktri haben wir gemaxed. Mit Hut. Aber ohne. Mit Haare. Aber hier so, also... Ich hab bisher noch keinen... Ach, Diktri habe ich in dem Gewinnspielvideo gemaxed, genau. Ja, dann lass ich es erstmal weg. Weil es jetzt erstmal schon eins wäre, was schon gewesen ist. Gucken wir kurz nach Cedra King. Wenn wir aber zu wenig Vorschläge haben, können wir darauf auch zurückkommen. Cedra King ist schon auf 2900. Aber ins Tierheim, meine Vorschläge sind Xerneas, Ninja Tom, Ninjask. Das wird schwierig. Also Xerneas ist nicht schwierig. Xerneas haben wir schon damals am 12.5.2021 bekommen. Als Hunder da schon lange, lange, lange gemaxed. Deswegen lass ich es dieses Mal ruhig angehen. Aber Ninkada. Ninja Tom zum Beispiel geht gar nicht. Da hab ich nämlich kein... Kein hundertprozentiges. Ein Ninjask hätte ich ein hundertprozentiges. Und ein Ninkada hätte ich ein hundertprozentiges. Aber nur 57 XL, das wird also auch nichts. Wir gehen zu Peter. Barblo würde ich tippen. Das war richtig, Peter. Bingo. Der hat es nämlich erraten, von welchem Pokémon das Farbigel kam, was wir fotografiert haben. Um ein hundertprozentiges Farbigel zu bekommen aus der letzten Folge. Jochen sagt, Inikoro Ilumise. Ilumise gucke ich mir jetzt erstmal an. Ich denke nämlich, Ilumise geht auch nicht. Keine XL. Inikoro geht... Jochen hat wieder einen Jackpot gezogen. Inikoro geht auf 50.691. Wir machen wieder den Tag dran. So, wie viele waren das jetzt? Zwei Stück, glaube ich, sind es noch. Kabutops wäre mein Vorschlag bei Kai. Gucken wir mal nach Kabutops. Kabutops geht... Ist auch gemaxed auf 3067. Level 50 Tag dran. Und... Nennen wir mal den Namen auch. So, die 100er hinter brauchen wir nicht. Haben wir jetzt einen Tag dran immer. Kabutops. Passt. Und einen haben wir, glaube ich, noch übrig. Instapaul. Ich schlage Austaus vor. Könntest du es bitte Paul nennen? Egal, ob es mit dem Mechsen klappt oder näh. Der hat das jetzt schon öfters gesagt, glaube ich. Austaus. Reicht? Nicht? Wir könnten 81 Bomben ums umwandeln. Reicht? Immer noch nicht? Ich kann es... Pass auf, ich kann es Paul aus nennen, ja? Da haben wir so einen Mittelweg gefunden. Dann ist es kein Paul. Dann ist es kein Austaus. Dann ist es ein Paul aus. Eigentlich müsste es Paulsdaus heißen, aber das klingt komisch. Also ist es der Paul aus. So. Also einen brauchen wir immer noch. Loris. Meine Vorschläge sind Parasekt und Slymog. Parasekt und Slymog. Boah, Slymog weiß ich auf jeden Fall, dass der ist. Ja, der ist. Bei Parasekt bin ich mir unsicher. Kann sogar sein, dass Parasekt das letzte entscheidende Pokémon ist, was immer vergessen wurde. Zack. Nee, Parasekt ist auch schon. Ändern nur nochmal den Namen. So. Loris, Nix, Sarina. Ganz liebe Grüße an die Couch-Besetzer. Meine Vorschläge sind Arbog, Diktri und Mautzinger. Hm. Mautzinger. Habe ich keinen Hunder da. Diktri haben wir gesehen. Und Arbog haben wir letztens gemaxed. Ich glaube, das war auch ein Vorschlag sogar vom Jochen wieder mal. 2100. Ah, der heißt auch wieder 100. Tu mal den Namen richtig machen. Damit ich weiß, dass du Arbog heißt. Nicht Strich, sondern Arbog. So. Weiter, weiter, weiter. Ellen Gramann. Gadevua. Ariadus und Mautzinger. Schade, dass Lucario nisch geht. So. Mautzinger geht nisch. Ariadus. Hammer, ja. Glaube ich schon. Ariadus. Ja. Goudavua. Muss ich mal gucken. Jetzt verstehe ich das. Ich kann es selber nicht mehr schreiben, wie das heißt. Gua. Guave. Guave haben wir schon auch auf Level 50 gemaxed. Das ist sehr schön. Und auch mit Best Buddy Batch. Silke sagt Carpador. Ihr wisst, dass wir natürlich immer die Endstufen maxen. Hammer gemacht. Und wir haben sogar, glaube ich, hier, genau, wir haben sogar ein Carpador gemaxed. Also da ist die komplette Familie voll. Carpador maxed out. Wird es nie wieder geben. Level 50, 100% Shiny. Hier alles am Start. Und 100% Krypto. Garados auch am Start. Also Carpador ist so ausgelutscht. Benjamin. Geil und mit dem Level 50. Monagoras hätte ich auch gerne. Dann schlage ich Tropius und Girafarig vor. Also Tropius weiß ich jetzt schon, dass das nichts wird. Tropius. Ja, 76XL. Girafarig. Könnte. Nein, doch. Nee, ist schon. Girafarig ist schon auf 100. Es bleibt spannend. Wir gehen weiter. Lost Lift. Mein 100% Farbige kann ich noch lange nicht schmexen. Bin bei 130XL. Laurin Zobla. Mein Vorschlag wäre ein Bluebella. Haben wir Bluebella schon. Bluebella. Bluebella. Aujo ist auch auf Level 50. Aujo ist auch auf Level 50. 2578. Lukas Wilke. Kannst du bitte Smetbo maxen? Damit sind wir durch. Komplett durch alle Vorschläge. Und Smetbo ist doch natürlich auch gemaxed, oder? Smetbo ist auch gemaxed. Wir brauchen aber immer noch einen. Das heißt, wir gehen wieder an den Anfang. Und gehen nochmal durch. Nick hatte noch Toheido vorgeschlagen. Gucken wir nochmal nach Toheido. So, jetzt geht es nämlich an die Doppelten. Toheido ist... Hat zu wenig Bonbons. Oder ist da schon was gepusht? Nein. Der muss auf 296. Der hat 197. Und ich kann nur 51 machen. Das ist also nix. Eben also zu Plankton. Der hatte ja Choreoge drin. Was wir zwar schon haben. Aber wir haben ja mehrere Choreoge. Könnten also das zweite Choreoge vorschlagen. Hannes. Welches Choreoge möchtest du gemaxed haben? Das blaue. Was ich am interessantesten und coolsten finde. Oder das gelbe. Oder das hawaiianische. Das blaue. Ja. Weil das rote haben wir gemaxed. Das blaue gefällt mir auch am besten. Ich glaube, das ist genau die Reihenfolge. Danach werde ich das gelbe maxen. Und am Ende das. Also genau so, wie die sind. Dann machen wir das Choreoge hier noch. Das blaue. Ziehen das einmal hoch. 2638. Kriegt hier auch wieder einen Level 50. Die kommen alle. Exakt auf das gleiche. Das ist sehr cool. Das heißt, ihr könnt immer noch zweimal Choreoge vorschlagen. Und einmal kann ich es noch maxen. Bevor dann die Bonbons ausgehen. Das ist der letzte Max-Au, den wir also heute haben. Und ansonsten haben wir natürlich unser Titel Pokémon. Und macht Vorschläge. Macht Vorschläge fürs nächste Mal. Wenn euer Vorschlag nicht geklappt hat. Obwohl, es waren ja theoretisch alle dran. Jeder Vorschlag wurde vorgelesen. Bei manchen ging es nicht. Manche hatten Doppelte. Die die Doppelte hatten. Die nicht. Also. Macht Vorschläge. Und das nächste Video. Das ist wichtig. Das ist ein Format. Das möchte ich mit euch zusammen bestreiten. Denn wenn wir gar keine Vorschläge mehr haben. Dann wird auch nichts mehr gemaxed. Wird natürlich immer schwieriger was zu finden. Was noch passt. Da vieles dann eben schon vergebens ist. Und ansonsten würde ich sagen. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Schreibt es mal in die Kommentare. Und schreibt was ich maxen soll. Mal gucken wie weit das noch gut geht. Und wie lange das gut geht. So dass wir irgendwann mal alles auf Level 50. In 100% haben. Auch wenn das noch ewig dauert. Peace out. Peace out vorhaut. Euer Ramses. Euer Hannes. Wir sehen uns heute Abend. Hannes fährt dann heim. Mal gucken wann wir den wiedersehen. Ansonsten. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Ich glaube ich. Tschüss.